So, weiter geht's. Kind hat den Schnuller wieder. Und damit ist das Geheule vorbei. Schrecklich! Schnuller verloren! Bäh! 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 Was soll ich nur tun? Der Schnuller liegt vor der Tür. Online-Blutroche jetzt! Verwürgbar! Ähm. Irgendwo muss ja eins fehlen. Hier nicht. Hier ist nur eins. Bleibt uns nichts anderes übrig, als die Heddy mal durchzuklappern. Weil, wie sollen wir sonst das letzte Kankra-Ding finden? Das wäre auf jeden Fall beschissen. Jetzt, wo wir das Artefakt gefunden haben, will ich natürlich auch das letzte Heddy. Erhält dir. Das letzte Kankra-Ding, Raug. Graug-Jagd! Seid bereit für Graug! Ihr bereit für euch! Der Graug verfolgt mich! Und ich will noch den Champion besiegen. Ich muss doch einen haben, der... ...vom Level her... ...hörer ist, oder? Wahrscheinlich nehme ich dann ihn. Wenn er jetzt noch ein bisschen weiter levelt. Nein! Ich komme zur Bestienjagd. Jetzt... ...ist Jagd anders. Ja! Ich dachte schon, wir hätten jetzt besiegen. Du brennst! Boah, kein Gerst. Schade. Nein! Wobei... ...vielleich kann ich ihn ja übernehmen. Ich konnte nicht mehr ihn... ...benutzen. Okay. Vielleicht doch noch. Doch, jetzt ist der Graug gebrochen. Nein! Ich will den Graug! Na toll. So viel zu... ...töten mit dem Graug für einen Feinde, während du auf ihm sitzt. Oh, oh. Nein! Danke. Alle sind besiegt. Nur die Macht hat zwei. Mal den Handy abklappen. Klappen. Klappern. Hier... ...ist es. Hier haben wir sie vergessen. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Toll. Wir haben wirklich eine vergessen gehabt. Wie peinlich. Hä? Wo ist sie? Ah. Da! Gar nicht so weit weg. Und anscheinend nicht in dem Hügel. Sonst würde der Hügel irgendwie da angezeigt werden. Wenn ich jetzt die Kankeras letzte Erinnerung habe, dann kriegen wir nämlich Spinnensparn. Ähm... Das sieht doch nach Hügel aus, oder? Hügelgräber, Hügelgräber. Da ist sowas wie eine Höhle. Ich weiß nicht, ob die Zukunft feststeht oder nicht. Mein Geist kann diese Pfade auf- und abwandern, und sie sind wie Erinnerungen. Doch wie Erinnerungen passt der Geist sie an seine Zwecke an. Waren dies meine Ängste? Oder meine Hoffnung? Es bedarf eines kalten Blicks, um die Zukunft klar zu sehen. Hä? Ich dachte, ich will jetzt fertig. So. Krass. Die letzte Erinnerung Kankeras wurde in Serif Ungol entdeckt. Finde sie, um die Wahrheit über Kankeras Vergangenheit und die Zukunft Mordas und Licht zu bringen. Dadurch wird ebenfalls die Verbesserung für Spinnensparn freigeschaltet. Jetzt haben wir... ...wirklich die letzte freigeschaltet. Und jetzt schweben wir hier oben hin. Und wir haben hier oben noch zwei Aufträgchen. Und dann machen wir... ...uns auf nach Serif Ungol, dass wir die letzte Erinnerung kriegen. Das finde ich cool, wenn auch mal sowas klappt und man es doch noch hinkriegt. Caragor-Hauptung. Achso, und... ...Krache gegen den Champion. Ich will keinen Kampf gegen Caragor. Lass sie frei Ja, wir haben hier Spaß und Action Wahrscheinlich wäre es einfach gewesen, wenn ich einfach das Fleisch kaputt gemacht hätte Dafür, dass er so ein schlechtes Level hat, teilt der ganz schön aus Geschichte würde ich mal wieder was gerne machen Zauber des hellen Herrschers Verbeigerufene Krieger sind stärker, warum mache ich sowas nicht? Idiot Mach mal am nächsten Level, wenn ich es nicht vergesse Wäre natürlich jetzt Vor dem Champion perfekt gewesen Das wird ihn ein bisschen verstärken Ich bringe deinesgleichen die Botschaft Der dunklen Flamme Sie wird geschrieben mit Blut Von Fremdlingen Komm Ich verkünde sie dir Erst abschlachten, dann losquatschen Ich suche erstmal das Eis zu überleben Du brennst Du brennst Auf Caravan, mach ihn kaputt Oder Skift Er muss jetzt fallen Yeah Cool, da hinten das Ding geht einfach mal so auf Da haben wir das Dickerchen Und da hinten haben wir noch einen Mit etwas Glück reicht das Gift schon aus Jawohl Aua Warum auf mich? Jetzt reicht's Alter Sie lachen mich einfach nicht schlagen Nein, das war das dritte Mal Falter Knopf Ich hab drei gedrückt Befehlige ich Legionen Ich hab den falschen Knopf getrückt Ich will das nicht sehen Das war meine eigene Dummheit Das zählt nicht Krall Ja Jetzt verfügbar Schön, dass oben jetzt alles weg ist Ich bin so blöd Deshalb sind wir jetzt tot Und werden sterben Cool, hier laufen unsere Leute rum Das find ich aber schön Da Champions Nein Champions Jetzt Lass uns Pushcrim nehmen Ich mag Pushcrim An mir schaffst du es nicht vorbei Liefere einen anständigen Kampf Ich hab genug von Magen, die zu schnell sind Hä? Ich hab auf Pushcrim gedrückt Du hast Schmerzen Dem Abadant Mordenschätze Toll Jetzt verlieren wir Das können wir gar nicht gewinnen Weil der viel zu schwach ist Ich würde es gerne abbrechen Dann beweg dich endlich Können wir nicht Viel Spaß Obwohl er ja echt gut gekämpft hat Weil er so ein Mistlevel hat Und das war's Naja, dann belassen wir es dabei Es ist mir jetzt zu blöd Wenn die Herren meinen, sie müssten immer verlieren Und mir geben Nicht mir den, den ich will Siref Ungol War hier, gell? Yeah Die letzte Erinnerung, Kankras Die will ich auf jeden Fall dieser Folge noch Können wir eigentlich bei dem Drachen auch noch Naja Äh, nicht Aufträge Äh, nicht Ein Charakter Den Drachen noch was geben, ne, gell? Ne, Drachen ist beides gemacht Rudelführer wär auch cool Willst du mich verarschen? Was soll ich noch alles hier machen? Aber die letzte Erinnerung, Kankras ist jetzt hier nirgends aufgezeigt Soll ich dich jetzt hier suchen, irgendwo, oder was? Das wär ein bisschen gemein Die Schildräger brauchen wir über Ich würde einen Hauptmann wären, der benommen ist Noch ein Pushcrim Noch ein Pushcrim Ich will, dass er mein Hauptmann wird, dass er stärker wird Dann geht's noch ein Ich röchle mich beim nächsten Mal Du bist so schlecht. Und dadurch ist Buschgrim noch stärker geworden. Boah. Schön, dass ich ihn jetzt nicht mehr jagen kann. Waschgrische ist ankommen. Ich war's. Was ist das? Ist doch gut, dass er eingefroren ist. Und jetzt ist er vergiftet, siehste? Hey, du kennst gar nichts. So, Rache, geglückt, 1100 EP. So, dann ist jetzt mal wieder Zeit, zu gucken, ob wir uns verbessern. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier könnten wir das Rot auf jeden Fall ersetzen. Plus zwei. Dann nehmen wir das hier. Plus 40, alter. Warum haben wir die nicht gleich ausgerüstet? Und jetzt sind wir noch Mächte. Digga. Mächtig, mächtig. Warum, Herr? Warum? Weil du mir im Weg stehst, Mann. Was mit dem Ellenbogen? Was haben wir denn hier Schönes? Unser Wort für Töchterkeit. Und tatsächlich bedurfte es dieser, um Gen Mordor zu marschieren und Sauron selbst die Kontrolle zu entreißen. Boah. Renn, Junge. Wir haben keine Zeit. Aua. Geschafft. Mit Raubvogel. Was ist denn Raubvogel? Hä? Zehn Sekunden Zeit, willst du mich jetzt verarschen? Ja? Während des Fallens R2 gedrückt hat. Ich will einen Kopf. Der ist so nah, ich kann nicht mal seinen Kopf aktivieren. Ah, alles klar. Dann jetzt erstmal Pfeilchen suchen. Die sind irgendwo da. Hier oben wahrscheinlich. Okay. Ich verstehe. Oh, Entschuldigung. Nein, können wir aus der Luft schießen. Wir sind in manchen Situationen gar nicht so dumm. Wenn man wüsste, wo die stehen. Da ist... L2 gedrückt. Klappt irgendwie nicht mehr. Vielleicht gehe ich wieder auf den Turm. Cool. Okay. Noch 3. Silber kriegen wir auf jeden Fall hin. Müssen wir ja. Achso, das muss ich erst wieder aufladen, oder was? Dann lade. Wo haben wir die meisten? Ich will mich drei Stück jetzt auf einmal schießen. noch hin. Auch hin. Sehr schön. Silber. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt Als der eine Ring von meinem Finger Auf den Saurons rutschte Auf den Saurons rutschte Ach, das haben wir schon Hä, wieso? Ach, wir können immer nur eins aktivieren Er nennt ja immer einen Hauptmann Zu deinem Leib weg Du kannst ihn da vorbeirufen Ich will nicht Gefolgsleute kaputt machen Cool, wir können die alle heilen Das will ich schon eher Karrenen jetzt verfügbar Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich Karrenen heiß Wenn ich Sauron wieder sehe, überlasse ich nichts dem Schicksal Jetzt den Löhnauftrag Warum braucht irgendwas so viele Beine? Um dich besser zu frissen zu können Nöhööööööö Schon wieder auf den Turm Duell! Du fängst mich nie, du Made! Vor allem er ist 10 mal stärker. Ach, die stehen wieder da oben. Platz da, ich komm mit. Ich bin auch da! Ich will auch bisschen Spaß haben. Oh, ich seh nix. Ich wollte ihn zur Strecke bringen, aber ich bin da flexibel. Feuerkoppel. Boah! Eigentlich müssten wir mal wieder mal jemand einnehmen. Wir haben schon zwei Leute verloren. In letzter Zeit. Wir haben den Hauptmann getötet, als wäre es nicht. Nein! Nein! Wenn das nicht der Schwächling ist, der mich anführen wollte. Warum lebst du denn noch? Egal. Ich kümmere mich gleich darum. Die waren Blutsbrüder. Jetzt haben wir wieder einen verloren. Weil da rief ein Dualshock fast leer. Dann lasst uns lieber abbauen. Also die nächsten zwei, drei Hauptmann dann müssen wir auf jeden Fall wieder einnehmen, weil wir jetzt... wir verlieren mehr als wir bekommen. Den hier würde ich gerne noch machen. Ist der, der eben schief gegangen ist? Ja, nimmt sich nix der Weg. Wir müssen aber gucken, wer der Blutsbruder ist. Nicht, dass wir den jetzt auch noch verlieren. Und dann gucken, dass wir welche einnehmen. Und ich dachte eigentlich, dass hier... Es hieß doch, Siref Ungol ist auch der Dingens. Der letzte Kankra. Irgendwie? Ja doch nicht, ne? Jede, der an uns vorbei will, wird unerträgliche Schmerzen erleiden. Wir müssen nur die Stellung einnehmen. Und danach zerkauen wir ihre Augäpfel. Ihre Augäpfel. Nein, wir sind alleine. Hä? Dann lass uns... auf den hier gehen... Weil er stärker ist. Ja... Ja? Gebrochen! Haben wir einen stärkeren gekriegt? Einen abgegeben, einen bekommen, 1000 EP dazu, was will man mehr? Jetzt geht's in Sergost weiter. Dann stirb. Wer nicht will, der wird vergiftet. So, aber das war's für dir die Folge. In der nächsten müssen wir dann Kankra sohn. Anfang muss es sein. Bis dann! 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 Bis dann!